Also ich glaube, es fragt sich jeder, weil es uns so gut geht, wie geht es weiter und jeder hat ja irgendwie Angst, dass gar nichts passiert. Und dann guckt eben jeder so auf die Extreme. Aber ich glaube, genauso wie jeder aufs Scheitern guckt, gucken alle auch aufs Gewinnen. Ich glaube, es ist eine Unzufriedenheit einfach, wenn nichts passiert. Ich glaube, es ist gerade in Deutschland eine Übersättigung eingetreten, wo jeder merkt, es muss irgendwie sich was ändern. Und viele versuchen, was zu ändern, haben aber Angst, was zu ändern. Und ich glaube, diese Angst vor Veränderung auf der einen Seite, weil es eben mittelmäßig ist, aber auch die Angst, weil wir ja von irgendwie durch Globalisierung bedroht werden, durch fleißige Chinesen, durch innovative Amerikaner haben wir Angst. Und jetzt kann man auf Angst ja unterschiedlich reagieren. Man kann sagen, Angst lähmt oder man versucht eben mit Angst umzugehen und sagt, Scheitern ist gar nicht so schlimm. Ich rede über Scheitern. Das ist so, haben wir ja heute auch gehört. Das ist ein bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe zum Scheitern. Genauso wie es irgendwie Leute gibt, die nach einer Scheidung irgendwie vielleicht sagen, wir reden jetzt darüber und es ist alles gar nicht so schlimm und wir machen jetzt was Neues. Ist das auch für die Wirtschaft wichtig, dass wir das nicht als Versagen sehen, sondern jedes Ende ist ein neuer Anfang. Zum Scheitern verurteilt ist tatsächlich ziemlich polarisierend, weil ich glaube, man möchte sich eigentlich nicht mit den Dingen beschäftigen, die wirklich zum Scheitern verurteilt sind, sondern ich glaube, es geht darum, dass man an den Erfolg denkt und vielleicht so einen Plan B hat und dass man sagt, okay, wenn es jetzt schief geht, ist es nicht ganz schlimm. Aber ich glaube, es wäre gegen die Natur des Menschen zu sagen, ich starte jetzt etwas, was zum Scheitern verurteilt ist. Ich glaube, das ist dann eher konsumig. Das ist so ein bisschen wie, ich kaufe jetzt mal ein und kaufe mir eine neue Klamotte und wenn sie mir nicht gefällt, schmeiße ich sie weg. Ich finde, das ist so ein bisschen wie dieses Lifestyle-Scheitern. Das finde ich eher konsumig, das ist eher negativ für mich besetzt. Also ich habe immer wieder gefailt im Leben, aber das Gute war, dass ich es gemerkt habe und dann nicht festgehalten habe, sondern gesagt habe, es scheint nicht zu funktionieren, es ist zum Scheitern verurteilt, aber sollte nicht sein, jetzt versuche ich was Neues. Und das ist eigentlich auch das, was ich kulturell aus meinem Elternhaus mitgekriegt habe. Mein Vater ist Psychiater und der hat immer gesagt, also Scheitern ist überhaupt gar kein Problem. Man muss nur lernen, damit umzugehen. Man reift an seinen Fehlern, man reift an seinen Misserfolgen. Man darf sich dann nur nicht verkriechen, sondern muss damit lernen, umzugehen. Und das ist mir so verinnerlicht und deswegen arbeite ich auch so gerne mit Unternehmensgründern, weil die ja alle erst mal eine positive Vision haben und Macher sind und umsetzen wollen. Und das gibt unheimlich viel Energie. Und ich glaube auch, das ganze Thema Leben ist auch diesen physikalischen Grundprinzipien unterworfen, dass sich ohne Energie nichts ändert. Das ist im Unternehmen, wenn niemand was ändert, alle einen Zustand erhalten wollen, kann es nicht funktionieren. In der Beziehung ist es auch so, wenn alle sagen, wir lieben uns für immer, aber keiner tut was dafür. Das kann auch nicht funktionieren. Es ist immer leider Energie notwendig. Das kann auch nicht funktionieren. róh, wir ablehn lautta, bis heißt es, die Leichterze geroxperten從 Covid zu fl kansen. Vielen Dank.